Nun zeigen wir euch den Tanz Trainwreck von diesem Außen. Untertitelung des ZDF, 2020 Nun zeigen wir euch den Tanz Trainwreck. Er ist choreografiert von Nils Paulsen. Er hat 48 Counts, das ist ein Two-Wall, die Broker-Lion-Bands. Er hat einen Text, aber dafür eine Brücke und die kommt dreimal im Tanz vor. Nach der ersten Wand und nach der dritten Wand und nach der siebten Wand. Aber zeigen wir euch mal den Tanz. Geht los mit Storm Storm. Denn Totemonte return, heel, hook. Sieben, acht. Storm Storm, drei, turn, drei, turn, heel, hook. So, jetzt kommt ein Step-Behind-Touch, Kick, Back-Log-Back. Sieben, acht. Stack, Touch, Back, Kick, Back-Log-Back. Nun, die dritte Sequenz ist ein Rock. Backrock, halbe Drehung holt. Dann die nächste Backrock, Frontdrehung holt. Sieben, acht. Backrock, halbe Drehung, Backrock, Frontdrehung. So, nächstes noch einfacher. Backrock, Side, hold. Backrock, Side, hold. Mit linken Fuß beginnen. Sieben, acht. Backrock, Side, hold. Backrock, Side, hold. Gut, vorletzte Sequenz ist eine Welle nach rechts mit einem Sweep nach vorne und eine Welle nach links mit einem angefangenen Sweep nach hinten. Sieben, acht. Behind Side, Cross Sweep, Cross Side, Behind Sweep. Die letzte Sequenz ist dann der Sweep zu Ende, also mit einem Backside Step und die Rocking Chair. Sieben, acht. Backside Step, die Rocking Chair. So, machen wir das Ganze ein Stück zusammen. Sieben, acht. Die Stump, Stump, Zeichner, Zeichner. Hebe, hoch. Step, Touch, Back. Kick, Best, Lock, Back. Rock und die Halbdrehung. Rock und die Fortdrehung. Backrock, Side, Back, hold, die Welle. Behind Side, Cross Sweep. Cross Side, Behind Sweep. Backside Step. Die Rocking Chair. Hold. So, jetzt kommt die Brücke. Wir sind ja jetzt mit dem ersten Mann fertig. Und die gehen mit Heel, Drain, Back, Rock. Heel, Drain, Back, Rock. Und der Heel, Drain, jeweils mit der Fünfdrehung. Und dann ein Step, Lock, Step, hold. Step, Turn, Step, hold. Sieben, acht. Die Heel, Drain, Back, Rock, die Heel, Drain, Back. Rock und die Step, Lock, Step, hold, Step, Turn, Step, hold. So, und wenn wir jetzt gerade schön auf der zweiten Mann sind, machen wir die zweite Wand mit Counts. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, das war schon alles. Nun viel Spaß beim Bildern mit Musik. Ja, das war schon alles. 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 Ja, das war schon. 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 Ja, das war schon.